Ja, einen wunderschönen guten Morgen heute hier im Meeting. Hallo und ein wunderbarer Morgen heute hier in diesem Meeting. Der Heilige Geist und seine Führung. Der Heilige Geist und seine Führung. Wir verbinden uns mit der Verbindungsübung. Wir verbinden uns mit der Verbindungsübung. Sabine, ich verbinde mich mit dir in den Geist. Sabine, ich verbinde mich mit dir in den Geist. Wir schließen die Augen und lassen mit meinem Geist ein Gefühl von übervoller Verbindung hinzugeben. Wir close our eyes and let the Holy Spirit add a feeling of a loving connection. Wir zunächst den Teilnehmer über. We go to the next participant. Mira, ich verbinde mich mit dir in den Geist. Mira, ich verbinde mich mit dir in den Geist. Die Heilige Geist Wir lassen den Körper leer werden, eine Zeit und es nicht regeln. Wir lassen den Körper себе Curiosity und leben mehrere an umgeblendiges Zeit gem Seoul. So that God can enter easily. We go to the next participant. I connect with you in spirit. I step back and let the Holy Spirit take the lead. Step back also means to let go inwardly from anything else. And we allow that the Holy Spirit adds a feeling of a loving connection. And we come connecting with myself and every other self. Holy Spirit, I ask for your guidance. And we feel within. We come to the feedback round. Sabine, how do you feel right now in this moment? Good. Sabine, we connect for some seconds with your feedback. Sabine, we come to the next participant. Jamuna, how do you feel in this moment? Well, I'm going to be completely honest is that a lot of feelings have been coming up today. And there's a storyline that Ego's trying to tempt me with. But I do understand and see with the Holy Spirit that this is just not true. And that I am Christ and joined with all of you. So that's the answer. Thank you. Jamuna, we're going to have a second to hear about it. Thank you. Jamuna. And we're going to have a second to hear. Vielen Dank, Jamona. Wir connecten für einige Sekunden in Ihren Feedback. Wir kommen zum nächsten Feedback. Niher, wie Sie in dieser Moment fühlen? Ja, ich fühle mich relativ neutral und ruhig. Ja, ich fühle mich relativ neutral und ruhig und ruhig. Nihera, wir verbinden uns einige Sekunden mit Ihren Feedback. Danke, Nihera. Wir connecten für einige Sekunden mit Ihren Feedback. Eigenen Feedback. Wir kommen zu meinem Feedback. Ich fühle mich gut und dankbar und in Frieden. I feel good, grateful and at peace. Okay, dann lass uns beginnen. And let's start. A Course in Wundern, erschienen im Kreuthoferlag. With A Course in Miracles, published by Kreuthoferlag. Ausgegeben von der Foundation for Inner Peace. Published by the Foundation for Inner Peace. Kapitel 14 für die Wahrheit, Leer. Chapter 14, Teaching for Truth. Römisch 8. Roman 8. Die Heilige Städte der Begegnung. The Holy Meeting Place. Absatz 4. Paragraph 4. Ich stehe vor, du lässt vom Verstehen los und gibst dich hin und lässt die Erkenntnis auf der Mache. I start reading and you can let go of wanting to understand as the wanting to have and let the moment dawn in you. Gibt keinen Ersatz für die Wahrheit. There is no substitute for truth. Und die Wahrheit wird dir das deutlich machen, wenn du zu der Städte gebracht wirst, an der du der Wahrheit begegnen liegst. And truth will make this plain to you, as you are brought into the place where you must meet with truth. Dorthin musst du geführt werden. And there you must be led. Durch sanftes Verständnis, das dich nirgends sonst hinführen kann. Through gentle understanding, which can lead you nowhere else. Wo Gott ist, da bist du. Where God is, there are you. Das ist die Wahrheit. Such is the truth. Nichts kann die Erkenntnis, die dir von Gott gegeben wurde, in Erkenntnislosigkeit verwandeln. Alles, was Gott erschaffen hat, erkennt sein Schöpfer. Denn so wird Schöpfung durch den Schöpfer und seine Schöpfungen vollbracht. In der Heiligen Städte der Begegnung sind der Vater und seine Schöpfungen verbunden, wie auch des Sohnes Schöpfungen gemeinsam mit ihnen. In the holy meeting place are joined the Father and his creations, and the creation of his Son with them together. Es gibt ein einziges Band, das sie alle verbindet und in dem Einssein hält, aus dem heraus die Schöpfung geschieht. There is one link that joins them all together, holding them in the oneness, out of which creation happens. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Übersatz und lassen ihn sinken und sich ausdehnen. We connect for some seconds with this paragraph, we let it sink in and extend. Wir kommen zur Feedback-Runde, Sabine, wie fühlst du dich in diesem Morgen? We come to the Feedback-Runde, Sabine, how do you feel in this moment? Quiet. Quiet. Ja, vielleicht ganz gut, die Übersetzung immer noch abzuwarten. Dann kommen wir zu dem nächsten Feedback-Runde, Jamuna, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? We come to the next Feedback-Runde. Jamuna, how do you feel in this moment? I feel Jesus is here. Ich fühle. Oh, and only our love between us is real. Thank you. Ich fühle, dass Jesus hier ist und dass nur Liebe zwischen uns ist. Jamuna, wir verbinden uns einige Sekunden. Thank you, Jamuna, and we connect for some seconds in your feedback. Zum nächsten Feedback-Runde, Niheera, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? We come to the next Feedback-Runde, Niheera, how do you feel in this moment? Ja, ich finde das einen wundervollen Absatz und ich spüre auch, wie die Liebe sich ausdehnt. I feel this is a wonderful paragraph, and I feel how love is extending. Niheera, wir verbinden uns. Thank you, Niheera, and we connect for some seconds in your Feedback. We come to my Feedback. We come to my Feedback. Magst du auch die Liebe in mir ausdehnen? I also feel how love is extending in my cell. Und unendliche Dankbarkeit. And endless gratefulness. Für dieses Gefühl von Sicherheit. For this feeling of safety. Danke. Thank you. Okay, wir kommen zu der Erklärung von Wir kommen zu der Erklärung von Chapter 14. Für die Wahrheit. Teaching for Truth. Röhmlich 8, die Heilige Stätte der Begegnung. Roman 8, the Holy Meeting Place. Absatz 4. Paragraph 4. Vom Verstehen wollen loslassen und Erkenntnis aufdämmen lassen. Let the wanting to understand go and let the knowledge dawn in you. Es gibt keinen Ersatz für die Wahrheit. There is no substitute for truth. Ja, schauen wir uns zuerst einmal diesen Satz genauer an. Let's look more closely at this sentence. Ein Ersatz für die Wahrheit kann es nicht geben. There is no substitute for truth. Das ist einfach eine ganz natürliche Aussage. This is simply a natural sentence. Wir kennen in der Welt dieses Wort Ersatzbefriedigung. In the world we know this expression Substitute of need. Dieses Wort stützt sich darauf. This word is rooted in. Wenn man in der Welt Bedürftigkeit erlebt. When you experience neediness in the world. Diese Bedürftigkeit aber nicht befriedigen kannst. And you cannot satisfy this need. Und du dann ein anderes Mittel nimmst. And then you take another thing. Um dich zu befriedigen. To satisfy yourself. Wir kennen das aus dem Thema Sucht. We know this in the subject of addiction. Da wird dieses Wort oft verwendet. There this word often is used. Wir haben aber vielleicht nicht gewusst. But maybe we did not know. Dass alles in der Welt eine Ersatzbefriedigung ist. Everything in the world is a substitute for need. Es ist eben genau das. Der Versuch die Wahrheit zu ersetzen. Den Geist füllen mit Dingen, die nicht da sind. To fill the mind with things which are not there. Um einen Ersatz dafür herzustellen. Für das, was in Wirklichkeit da ist. Für das, was in Wirklichkeit da ist. Für das, was in Wirklichkeit da ist. Also müssen wir zunächst einmal in unserem Geist schauen. So, for this, we at first have to look into our mind. Was haben wir dort alles aufgestellt? What did we put there? Um das zu ersetzen, was wahr ist. Und eben genau das, was wir dort hingestellt haben. Und genau das ist es, was die Bedürftigkeit überhaupt entstehen lässt. Das ist es, was die Bedürftigkeit überhaupt entstehen lässt. Kommen wir ja zu dem nächsten Satz. Wir kommen zu der nächsten Satz. Und die Wahrheit wird dir das deutlich machen. Erstmal bis zu diesem Komma. And truth will make this plain to you. Wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, den Frieden Gottes und die Liebe Gottes in uns zu fühlen. And now we have the possibility to feel the peace and the love of God within us. Dann, ähm. Jetzt ist hier von der Jamuna gerade was geschrieben worden. Aber ich glaube, hat nichts mit dem Thema zu tun. Jamuna just wrote something, but maybe not connected with the theme. Okay, und ich fahre fort. Okay, und ich fahre fort. And I continue. Also, ich lese nochmal vor. Und die Wahrheit wird dir das deutlich machen. Und wenn wir jetzt in den Geist schauen und dort die Liebe Gottes entdecken und fühlen. Und wenn wir jetzt in den Geist schauen und dort die Liebe Gottes entdecken und fühlen. Und wenn wir jetzt in den Geist schauen und dort die Liebe Gottes entdecken und fühlen. Und wenn wir jetzt in den Geist schauen und dort die Liebe Gottes entdecken und fühlen. Und wenn wir jetzt in den Geist schauen und dort die Liebe Gottes entdecken und fühlen. Und wenn wir jetzt in den Geist schauen und dort die Liebe Gottes entdecken und fühlen. Und wenn wir jetzt in den Geist schauen und dort die Liebe Gottes entdecken und fühlen. Da ist vollkommene Erfüllung. Da ist complete Fulfillness. Hinter dem Komma geht es weiter. And we continue. Wenn du zu der Stätte gebracht wirst. As you are brought into the place. An der du der Wahrheit begegnen musst. Und hier hört es sich so an, dass du von einem gewissen Ort zu einem anderen gewissen Ort gebracht wirst. Und das ist natürlich symbolisch gemeint. Denn es gibt im Himmel kein Raum und keine Zeit. Because in heaven there is no space and time. Haben und Sein ist das Gleiche. Having and being, to have and to be is the same. Weil alles im reinen Geist ist. Because everything is in spirit. Du bist der reine Geist. You are spirit. Damit bist du das Himmelreich selbst. And with this you are the kingdom of heaven yourself. Du bist also selbst die heilige Stätte der Begegnung. So you are yourself the holy meeting place. Du selbst bist einfach alles. You are simply everything. Weil Gott alles ist. Because God is everything. Du bist eins mit Gott. You are one with God. Aber das bedeutet nicht, dass du und Gott all diese verrückten Dinge bist. But it doesn't mean that you and God, you are all these crazy things. Sondern du und Gott als eins und ich und wir alle zusammen sind einfach die vollkommene Liebe. So you and God are one and we all are just the perfect love. Wir sind nicht die Illusionen. We are not the illusion. Also wenn wir zum Beispiel im Übungsbuch sagen So for instance when we say in the workbook Dieser Kleiderbügel ist Gott This hanger is God Oder Gott ist in diesem Kleiderbügel Or Gott is in this hanger for the clothes Dann ist er nicht der Kleiderbügel. Then it is not The hanger Sondern der Kleiderbügel ist eine Illusion. But this hanger is an illusion. Und in Wirklichkeit ist da Gott. And in reality there is God. Ich weiß, dass das sehr wohl missverstanden werden kann. I know that this can be mistaken Misunderstood Aber wenn du dich einfühlst But when you feel within Dann fühlst du Gott Then you feel God Das ist es, worum es geht And this it is what it is about Das was du fühlst Was du bist This what you feel What you are Das bist du auch This is what you are Und alles andere Wirst du vergessen And everything else You will forget Alles was dem widerspricht Wird vergessen werden All what is in opposite to this Will be forgotten Alle Geschichten All stories will be forgotten Und sie werden von der Wahrheit ersetzt And will be replaced by truth Und wir kommen zu dem nächsten Satz And we come to the next sentence Dorthin musst du geführt werden And there you must be led Durch sanftes Verständnis Das dich niemals sonst hinführen kann Through gentle understanding Which can lead you nowhere else Und wir hören hier in diesem Satz auch Wie als wenn es ein Ort wäre And here in this sentence We may hear As if this would be a place Zu dem wir geführt werden Where we will be led to Das liegt daran Dass wir uns hier nicht anders verständigen können Wo wir glauben Raum und Zeit wahr sein würde This is because we can't hear Where we believe that Space and time are true We can't imagine anything else Jedoch steht ja hier auch But here is also standing Durch sanftes Verständnis Through gentle understanding Wir wissen hier ist nicht gemeint Verstehen in den Sinne Wie das Ego verstehen will And we know here It's not talked about Understanding how the ego understands Sondern hier ist mehr gemeint Here it's more Fühlendes Verständnis An understanding by feeling Und mit diesem fühlen ist auch kein körperliches Emotionales Gefühl gemeint And with this feeling Is not meant an emotional Physical feeling Wir hatten das gestern Schon mal kurz Yesterday we shortly Were talking about it Es ist ein Gefühl Es ist nicht von dieser Welt It is a feeling It is not from this world Es ist ein Gefühl Von Grenzenlosigkeit It is a feeling It is a feeling Of limitlessness Es ist ein Gefühl Was über alle Grenzen Hinaus geht It is a feeling Beyond all Limits Es ist ein Gefühl Was über alle Grenzen Der Gefühle hinaus geht Die du glaubst Den Körper fühlen zu können Und das macht uns Manchmal ein bisschen Angst Und this sometimes Makes us afraid Aber du brauchst vor dir selbst Keine Angst zu haben But you do not need To be afraid Of yourself In dir selbst Bist du vollkommen sicher In yourself You are completely safe Sicherer als in irgendeiner Illusion More safe than in any illusion Wo Gott ist Da bist du Where God is There are you Das ist die Wahrheit Such is the truth Nichts kann die Erkenntnis Die dir von Gott gegeben wurde In Erkenntnislosigkeit Erkenntnis kann nicht von Erkenntnislosigkeit Ersetzt werden And this knowledge Cannot be replaced By unknowingness Kannst niemals mehr Nicht das erkennen Never again You will not be able Not to know it Was du jetzt erkennst What you know Alles was Gott erschaffen hat Everything God created Erkennt seinen Schöpfer Knows it Its creator Denn so wird Schöpfung Durch den Schöpfer Und seine Schöpfungen Vollbracht For this is how creation Is accomplished By the creator And his creation Wir sehen also An diesem Satz hier In this sentence We see Dass durch das Erkennen That by knowing Die Schöpfung Vollbracht wird The creation Is accomplished Das ist ein wichtiges Gesetz This is an important law Und genauso wichtig ist Es zu verstehen And it is as important To understand Dass durch nicht erkennen That by unknowingness Ein Glauben erstehen können Ein Glauben entzündigen kann A belief can Can exist Can come up Arise A belief can arise Was Erkenntnis blockiert werden könnte That knowledge can be blocked Jedoch ist das nicht möglich But this is not possible Einfach nur In deiner Einbildung Könntest du es dir vorstellen Only in your imagination You could imagine this Und dann daran glauben And then believe in it Aber in dem Moment In dem du mitbekommst But in this moment When you realize Dass du nichts anderes willst That you do not want anything else Als die Erkenntnis The knowledge Wirst du es nicht tun You will not do this An der heiligen Stätte der Begegnung Sind der Vater und seine Schöpfungen verbunden In the holy meeting place Are joined The father And his creations Wie auch des Schöpfers Des Sohnes Schöpfungen Gemeinsam mit ihnen And the creations Of his son With them Together Wir sehen also In diesem Satz Hört es sich jetzt so an We see in this sentence It sounds like Als wenn einerseits Gott Schöpfungen hätte As if on one hand God has creations Und andererseits Der Sohn Schöpfungen hätte And on the other hand The son has creations Und das ist richtig so And this is correct Denn an einer anderen Stelle Haben wir schon gehört Because on another point We already heard Dass die Schöpfungen Des Sohnes Von Gott geachtet werden That the creations Of the son Are respected by God Jedoch nur das Was wahr ist But only What is true Das falsche Wird vom wahren Getrennt The false Is separated From the true Und nur das wahre Wird zurückerstattet And only The true Will be restored Erinnere dich An den Läuterungsprozess Remember the Purification process Dafür Dafür geben wir Alles Was wir Gemacht haben Dem Heiligen Geist In seine Hände There We give Everything What we Made Into the Hands Of the Holy Spirit Dort wird Es Geläutert And there It will Be Purified Und du Wirst Dort Als Das wahre Selbst In dir Zurückerstattet And there You will Be Restored As The True Self In Yourself Weil Mit All Den Dingen Die Wir Glauben Gemacht Zu Haben Because With All These Things We Believe We Have Done We Have Made Glauben Wir Uns Auf Eine Andere Art Und Weise Identifizieren Zu Können We Believe That We Can Identify Ourselves With Them In Some Kind In Some Way Wir Glauben Uns Auf Eine Unvollkommene Art Neu Erschaffen Zu Können We Believe That We Can Create Ourselves In A New Imperfect Way In Einem Unvollkommenen Weg In Raum Und Zeit In An Unperfect Way In Space And Time In Dem Alles Der Endlichkeit Unterworfen Ist Where Everything Is Under The Rule Of Being Able To End Dem Also Der Tod War Wird Where The Death Becomes True Deswegen Steht An And And That's Why Somewhere Else In The Course Is Standing Gehe Keinen Kompromiss Ein Do Not Make Any Compromise Indem Der Tod Eine Rolle Spielt Where The Death Plays A Role Keinen Kompromiss Eingehen Bedeutet Not Make Any Compromise Means Keinen Handel Einzugehen Not To Bargain Wir Gehen Im Text Weiter We Continue With The Text Es Gibt Ein Einziges Band Das Sie Alle Verbindet Und In dem Eins Sein Hält Aus dem Heraus Die Schöpfung Geschieht There Is One Link That Joins Them All Together Holding Them In The Oneness Out Of Which Creation Happens Wir sind Am Ende Des Absatzes Angekommen Und Verbinden Uns Einige Sekunden Mit dem Absatz Lassen Ihn Ein Geist Sinken We came To The End Of This Paragraph And We Let It Sink In And Work Inside Of Us We We Let It Extend In Our Mind Feedback Und Sabine Wie Fühlst Du Dich In diesem Moment We Come To The Feedback Round Sabine How Do You Feel In This Moment I Think Neutral I Think Neutral Sabine Wir Verbinden Uns Einige Sink Sabine We Connect For Some Seconds In Your Feedback So Niira Wie Fühlst Dich In diesem Moment Welcome To Niira How Do You Feel In This Moment Ja Also Ich Spüre Wie Diese Worte Und Auch Deine Erklärung Immer Noch So In Mir Wirken Und Ja Dass Es Mir In Dieser Wirkung Zu Sein So I Feel How This Text And The Explanation Is Still Working Inside Of Me And How Good It Feels To Be In This Working Thank You Niira And We Connect For Some Seconds In Your Feedback Welcome To Jamona How Do You Feel In This Moment I Feel A Lot More Connected A Lot More The Holy Spirit And Surrendering To The Holy Spirit Ich Fühle Mich Viel Mehr Verbunden Jetzt Auch Verbunden Mit Dem Heiligen Geist Und In Hingabe Zu Dem Heiligen Geist Danke Jamona Wir Verbinden Uns Ein Gute Die Hand Thank You Jamona And We Connect For Some Seconds In Your Feedback We Come To Mein Feedback We Come To My Feedback Es Geht I Am Good I Feel Good Connected And In Peace So Das Bedeutet Wir Werden Wieder Einen Schönen Tag Erleben So This Means We Will Have Another Beautiful Day Dann Wünsche Ich Euch Ein Wunderbarer Tag And So I Wish You A Beautiful Day Ja Aloha Denkt Euch Ein Herz Mein Video Ist Deaktiviert Kann Ich Nicht Anmachen Tschö Tschö Ich Winke Auch Bye Bye Ciao